Herzlich Willkommen zurück zu Rise of Flight. Auf uns wartet ein Ballonangriff und diese Patrouille muss der arme Ernst Schuster alleine bewältigen. Oh, äh, ja, egal. Das heißt, wir können jetzt einfach hier schön in aller Eile und morgens früh ohne Morgenkaffee einfach in die Luft einen Ballon abschießen. Vielleicht noch irgendwelche Idioten, die da alleine unterwegs sind. Das ist mir übrigens auch aufgefallen. Alle Kids in den letzten Missionen waren einsame, keine Ahnung, Verrückte, die irgendwie alleine unterwegs sind. Nur einmal hatten wir eine große Staffel, oder eine große Staffel, eine Staffel ungefähr so groß wie wir, die wir dann so ein bisschen aufgesplittet haben, meine ich. Oder die sich selber gesplittet hat, wie auch immer. Aber bisher, sonst, alle anderen waren irgendwie alleine und es waren Jäger. Das heißt, ich weiß nicht, was die da für Taktiken haben oder eben nicht Taktiken. Keine Ahnung, egal. Ja, und einen Ballonangriff hatten wir, so meine ich auch noch nicht, beziehungsweise wir haben noch keinen abgeschossen, so rum. Ich weiß nicht, ob wir schon einen Ballonangriff hatten, aber, ja. Wir haben aber keine Ballonangriffswaffen. Es gibt, äh, bestimmte Geschütze, die, ich glaube, Leuchtkugeln, nur Leuchtkugeln verschießen oder sowas. Was natürlich sinnvoll ist für, äh, für Ballonangriffe. Äh, 49% ist vielleicht etwas wenig. Nehmen wir mal 60 ungefähr. Genau. Ähm, ja. Okay. Dann, ab in die Luft. Und mal gucken, was uns so begegnet. Press P, einmal Zeroen. So, und dann los geht's. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal. So, ja, passt. Egal. Und wer ist der Fluglieder? Ach, der Niklas Schmitz. Okay. So, Flair ist oben. Naja, Karte einstellen, nicht vergessen. So. Äh. So, Vollgas. Und ab in der Luft. Und dann schalte ich mal um. Denn den Teil ersparen wir uns mal wieder, wie immer. Das, äh, ist ja was ganz Neues. So. Ich wünsche, die Karte würde sich automatisch um den Flieger selber zentrieren. Das wäre ganz cool eigentlich. Naja, dann machen wir es eben so. Ziehen wir das ein bisschen zurecht hier. Hauptsache, wir sehen alles auf einen Blick. Wo ist Lan? Lan ist immer noch da. Sehr gut. Das freut mich sehr. Der komische Radarkirchturm. Ach, ja. Und die Staffel kommt hinterher. Sind wir nur vier? Oh, da oben war irgendwas. Na, so sehen wir das nicht. Moment, kurz umdrehen. Äh. Das ist ein bisschen, beim Zoom ist das ein bisschen komisch mit dem Kopf, weil das dann so überempfindlich ist, wie ihr seht. Vor allem auf 16-facher Geschwindigkeit dann. So, die sind etwas abseits. Etwas zurückgefallen bei der, beim Start. Nils Zürcher. Und der vierte ist dann noch namentlos. So, was? Das ist unsere Balance. Ja, ja. Okay. Äh, naja. Gut, das, ähm, fällt mir jetzt auch ein, dass wir vielleicht, ähm, niedriger fliegen sollten, insgesamt, wenn wir Balance angreifen, weil ich hab des Öfteren das Problem gehabt, dass, oh, Wolken. Cool, die haben jetzt mit den Wolken, haben wir jetzt so Regentropfen oder Kondenstropfen auf der Brille. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, wir hatten ja das schon des Öfteren, oder ich, das Problem, dass ich im Sturzflug auf Ballonangriffe, oder, Moment, nochmal sammeln und dann reden. Erst denken, dann reden. Bei Ballonangriffen habe ich des Öfteren das Problem, dass mir die Flügel abreißen, weil ich zu aggressiv vorgehe und im Sturzflug dann mich um Kopf und Kragen ballere. So, und da fliegt irgendwas. Da, auf halb eins. Warum ruckelt's? Ich hab doch extra die Einstellung verändert. Was soll das? Hör auf damit. So, wenn das ein Feind ist, dann nichts wie hin. No mercy, so, ist irgendein Depp unter uns? Wo ist der, der führt im Munde? 100 Pro ist der hinter uns. Ah, ne, da, okay. Das heißt, wir könnten jetzt nach links unten wegbrechen, wenn uns denn danach wäre. Da sind zwei Flieger, jetzt auf 11 Uhr. Verdammt tief, sind die gelandet, oder was machen die? Wir sind doch, wir selber sind gerade mal auf 1500. Hallo 15. Ja, ich habe dazugelernt. Die Fliegersprache ist mir eine zweite Muttersprache geworden, nicht. Aber, äh, ach, okay, das war die Mission. Okay, herzlichen Glückwunsch. So, dann kontrolliere ich den ganzen Kram mal selber hier. Ja, hallo, habe ich verstanden. Das heißt Höhe, oder so. Und Vitamine heißt, ich habe verstanden. Da habe ich mich überhaupt nicht gewunden. Oh. Oh. Äh, Freunde, wir werden angegriffen. Vitamine heißt, äh, verstanden. Ah, ne, Focker. Ey, geil. Hallo, Freunde. Was geht? Ich hätte euch beinahe angegriffen. So, dritter Anlauf. Vitamine heißt verstanden, genau wie Victor. Heißt auch verstanden. Warum man nicht verstanden sagt, ist mir ein Rätsel, weil verstanden kann man eigentlich nicht falsch verstehen. Äh, aber gut. Vitamine und, äh, Victor ist doch wunderbar. Dann gibt es noch für links und rechts Rolf und Lisa. Ganz komische Familie, sage ich euch. Victor, Rolf und Lisa. Ja, ja. Naja. Okay, und da unten fliegt noch irgendwas. Bin ich ja mal gespannt. Das sieht irgendwie groß aus. Das sind zwei Sitze wahrscheinlich. Ich, äh, gehe mal kurz besuchen. Denn, wenn das jetzt kein Deutscher ist, ne. Der fliegt aber auch verdammt hoch, muss man zugeben. Also, die 20 Meter über dem Boden sind echt, das ist eine DVW-CV. Okay. Das sagt mir viel. Äh, und da hinten ist noch ein, also das ist unsere Jasta da oben. Das ist ganz gut. Und da auf einen Uhr ist noch einer. Ne, den inspizieren wir jetzt auch nochmal genauer. Die Flak schießt etwas. Aber ich glaube, das ist das Ambient Flak. Glau, hoffe ich. Die einfach nur das Frontgeschehen etwas beleuchten soll. Das könnte jetzt tatsächlich noch ein bekloppter Alleingänger sein da. Oh, da schießt einer noch. Ne, ist noch ein Deutscher. Irgendwie schießt gerade noch ein Geschütz auf mich. Vielleicht sollte ich etwas an Höhe gewinnen. Um meine eigene Gesundheit willen. So, wir sollten einen Ballon angreifen. Wo ist denn der Ballon? Da ist der Ballon. Der wird schon runtergezogen. Ich weiß nicht, ob wir den noch kriegen. Vielleicht können wir ja kurz einen Angriff starten. Ich meine, am Boden werden die ja wohl kaum schnell die Luft rauslassen. Wir können jetzt eigentlich auch schon mit Pistolen auf uns schießen. Bei dem Level hier, wo wir sind. Der Motor überdreht. Ja, gut. Getroffen haben wir auf jeden Fall. Das Problem ist, wenn man nicht den einen Schuss trifft, der das Ganze in den Rand setzt, dann bringt das alles nicht viel. Wir können natürlich jetzt nochmal hin, aber ganz ehrlich, die haben schon wieder auf mich geschossen. Das ist mir alles vielleicht die... Ach komm, scheiß drauf, dafür sind wir da. Wenn wir jetzt einen Ballon verrecken, dann schreie ich. Schon das Bruder noch mit beanspruchen hier. Na komm, schnell, sonst sind wir wieder... So, das waren jetzt wieder ein paar gute Treffer. Wieder nicht gut genug. Ach komm, letztes Mal. Und dann reicht's mir aber auch, weil ich glaube, sonst schießen die echt noch zurück. Das Bodencamp da kann noch 100 pro mit Gewehren auf uns schießen oder so. Das ist mir ja alles nicht geheuer. Okay, dann halt nicht. Dann brennst du halt nicht ab. Ist auch okay. Wie gesagt, da bräuchte man echt irgendwie Tracer-Kugeln oder so. Irgendwie was Sinnvolles. Oh! Oh! Okay, wir haben's geschafft. Hey, geil! Nice! Cool, freu' ich mich. So, und dann guck' ich mal, was meine Yasta macht. Nichts sind... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Warte. Was sind das für Flieger? Nicht, dass die uns jetzt hier in die Zange nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gute sind. So, der fliegt von uns weg. Das find' ich sehr vernünftig. Der, da vorne nicht. Was ist die Karte? Ne, der fliegt auf uns zu, mehr oder weniger. Fiegt der echt weg. Wenn man die Karte bemühen. Ich glaube schon. Was ist das? Oh, das könnte aber... Das sieht aber ehrlich gesagt wieder aus wie so eine... DVWC oder was das war. WC-Ente. Warte. Ne, aber... Wir gucken mal nach und wenn, dann können wir halt wieder abdrehen nach Hause. Ja, alles klar, sehr gut. Entwarnung. Beziehungsweise da vorne ist noch was. Da war ja noch der Zweite, den gucken wir uns auch nochmal an. Wer weiß. Vielleicht braucht der Gleit. Ne, okay, das ist auch einer. Dann können wir jetzt allerdings nach Hause. Johann Vierbein. Hallo, Johann Vierbein. Naja. So, und wir liegen ganz ruhig in der Luft eigentlich. Auch bei 16-facher Geschwindigkeit. Das ist ganz angenehm. Also mit der Joystick-Einstellung, die ich jetzt habe, ist echt... Lässt es sich gut fliegen, wie man sieht. Ich kann jetzt auch hier bei 16-facher Geschwindigkeit, muss man sehen, da wäre hier die Kleinstbewegung, ist da eigentlich schon ziemlich heftig. Aber hier kann ich es ja noch ganz ruhig halten eigentlich. Das spricht schon mal dafür, dass ich das jetzt endlich mal hinbekommen habe. Mit der akzeptablen Einstellung, sagt er, und das Spiel ruckelte zur Bestätigung. Dankeschön, finde ich gut. Jetzt haben wir immer noch den Waypoint da hinten. Das heißt, wir können jetzt nicht den Autopiloten benutzen, leider. Ja, naja. Gut, dann eben nicht. Ich wünschte, man hätte Flaps oder so. Das ist... Oh, ach so, die Keys habe ich hier immer noch als Quick-Look, Snap-Look oder wie das heißt. Markiert. Naja. Egal, ähm... Oha, Hilfe. Da ist noch ein Ballon. Tja. Also ich finde tatsächlich, es wird interessanter, wenn man einstellen kann mit den Fliegern. Selbst wenn das zum Teil noch, äh, auch überfordert sein kann. Vor allem für Anfänger, denke ich mal. Äh, zu denen ich natürlich überhaupt nicht gehöre, nein. Ich bin schon fast Halb-Profi. Äh, nicht. Ähm, nee, aber wenn man sich tatsächlich mal Zeit nimmt und alles so sich custom irgendwo hinlegt. Selbst wenn man nicht weiß, was genau die einzelnen Sachen bewirken, finde ich das sinnvoll, wenn man sich das einfach selber belegt. Weil man dann wenigstens weiß, welchen Knopf man drückt und was es machen sollte, theoretisch. Und wenn man sich das dann so ein bisschen aneignet, ist das schon cool, wenn man die ganzen Kühle-Einstellungen so selber machen kann. Da hat man auf jeden Fall das Gefühl, man hat Kontroll über das Biest. Finde ich echt cool eigentlich. Und, ähm, bei manchen, äh, Spielen, beziehungsweise Fliegern auch, hat man ja dann noch die Wahl, auf automatische Einstellungen zu gehen. Wo man dann, äh, sich mit manchen Dingen, hey, halt nicht rumschlagen muss. Wie zum Beispiel Kühler oder so. Wobei Kühler ich dann noch relativ sinnvoll finde, sich das, äh, selber zu belegen oder selber zu managen. Weil man dann halt mehr Leistung rauskitzeln kann. Aber sowas wie, ähm, Prop Pitch zum Beispiel, muss man nicht unbedingt machen, finde ich. Kann man natürlich, aber im Eifel des Gefechts nimmt man da eher Schaden durch. Sei es durch Leistungseinbußungen oder halt, man friert sich den Motor ab oder, äh, überdreht den halt gnadenlos. Ähm, ja, muss man halt immer aufpassen. Aber, wenn man Kontrolle haben kann, warum nicht? So, unsere Jasta ist wahrscheinlich immer noch unterwegs, ne. Aber gut, das soll uns mal nicht stören. Gucken wir mal, ob wir heute eine gute Landung hinbekommen. Ohne, dass uns irgendwas abbricht. Wahrscheinlich nicht. Der Trick mit dem schnell Gas geben funktioniert auch nicht immer, weil man nicht immer genug Beschleunigung haben kann, irgendwie. Also, wenn man schon aufsetzt, verliert man ja dann ganz, ganz schnell irgendwie Elan. Ja, und dann nochmal den Motor aufpowern, bringt nicht immer was, möchte ich. Na gut, ich tue mein Bestes. Und, äh, wünscht mir Glück. Was steht da? 402 Kugeln in jedem. Okay, keine, äh, keine Laddämmung heute gehabt. 200 Kugeln für einen Ballon ist vielleicht auch schon wieder viel, aber gut. Immerhin, wir haben es geschafft. Und noch nicht mal mit, äh, Phosphor geschossen oder sowas coolem. So, in der Wende sollten wir jetzt auch nochmal ordentlich Geschwindigkeit einbüßen. Oh, hoffentlich nicht so viel, dass wir dann jetzt die Bäume mitnehmen hier. Ne, gut. So, jetzt sind wir kurz vorm Stallen hier. Also aus der Luft trudeln, das wollen wir natürlich nicht, aber... Ich gebe mal ein bisschen Gas, damit wir hier den Gleitflug noch verlängern können oder damit der schön stabil bleibt. Und dann sind wir jetzt auch schon unten. So. Ja, gut. Okay, das hat doch ganz gut geklappt mit dem Gas geben diesmal. Also wenn man so ein paar Umdrehungen noch drin behält, dann... Gut, natürlich rollt man dann auch deutlich weiter nochmal, aber... Das war es wert. Alles einwandfrei und, äh, ganz. Da gratulieren wir doch dem Wendelin-Wurst, was? Ja, guck nicht so blöd. So. Dann war es das doch. Mal gucken, was wir dafür kriegen, ob wir den Kill dann, äh, bekommen. Also den Ballonabschuss. Nein. Okay, der hat einfach nur Feuer gefangen. Cool. Äh, natürlich lag das an uns, aber... Gut, wir haben den Kill halt nicht bekommen. Wahrscheinlich war der schon zu weit unten, dann gilt der schon als safe oder so. Keine Ahnung. Egal, schade, aber immerhin haben wir es geschafft. Gut. Und, ähm, ja, die andere Mission, äh, läuft ja ohne uns. Das heißt, das war's von uns. Wir haben wieder einen Tag gut, äh, erfolgreich hinter uns gebracht. Und, ähm, ja, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.